Ich habe ein kleines Instrument mitgewerfelt. Vorher möchte ich eine Frage stellen. Was ist schlimmer als eine Blockflöte? Heinz, vier Blockflöten! Was ist da dann? Es handelt sich um einen Pudelsack, ein altes englisches Instrument. Aus der Vorhaut von einem Königspudel gemacht. Eines, mit was zum gegerbten Fell des gesamten Königspudels hergestellt wurde. Deswegen auch die vier Flöten, da waren früher die Beine drin. Das ist das Rückenlied. Das ist natürlich nicht aus einem Königspudel gemacht. Wo werden wir sowas tun können? Das ist selbst gebaut aus einem Müllsack und vier Walt Disney Blockflöten, die die alte Walt Disney noch selber geschnitzt haben. Und zwei Darmrohren aus dem Kraten. Genau, das kläre nicht, wofür es normalerweise gebraucht wird. Und da wirst du rein. Ja, und du wirst dazu singen. Moment, wie geht das? Wir haben es nie geprobt, deswegen wird es lecker. Wenn ihr mal nicht reist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr es bereuen werdet, nicht zu Pat Metheny heute Abend gegangen zu sein. Ich muss es echt aufrufen, das kann ein bisschen dauern. Am Sack, der Sack. Weichei bläst. Blas Weichei. Das ist, bitte, ein altes englisches Volksschrieb. Nein. Und dann, ein Sprechen. Ich muss jetzt das Mikrofon jetzt runtergehen. Sonst hört man die Spülflöte nicht. Und das entgültet der halbe Genuss. Wenn ich mich wieder plattere, ich kanns mir das doch mal. Oh. 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 Wenn du kommst, wenn du kommst, wenn du wieder niederkommst, wenn du wieder niederkommst, muss ich fort, mein Schatz, von dir.